Ja, ich hab da noch eins gekriegt. BAUBEL! Ja, das ist ja voll schlecht. Die am Randgebiet. Die Energie geht da halt voll runter und man kann sich nicht gut Holz hacken. Ja, da... ja. Wie kriegt man... also das ist ja Wärme oder was ist das ganz rechts? Die Wärme mit Fahrboot. Ach, lol, die Energie, ach so. Und wie kann man das wieder aufladen? Wie kann man das... Also ich hab jetzt die Rabbit-Fur-Boots auf jeden Fall. Ja. Hast du die auch schon? Nee. Und dann machen wir mal diesen Wärmeanzug. Ja, aber du brauchst irgendwie eine Form Fell. Aber ich weiß nicht, was das für eine weirde Form ist, so. Also Wildschwein, Hase... Sechs von den... Nein! Nein! Oh! Sechs Rehe und... I survived. No joke. I survived the crazy shit. Ich glaub, dass das, ähm... Eichhörnchen ist nur... Eichhörnchen ist nur... Eichhörnchen, was geflachten ist. Hallo? Ah, moin! Ja, moin! Ja, moin! Hallo? Da ist irgendein Dude gespawnt. King of Unity. Äh... Ja, Bro, wenn du cheatest, dann kannst du dich gleich wieder reinbauen. Ich glaub... Ich glaub, der ist englisch... ...unterwegs. Oh no, ich bin... Oh no, ich bin... Ich bin stuck. Oh no! Oh no! Äh... Okay... Ah, der King of Unity ist am Start. Ist er da jetzt? Ja. Ah, das ist... Blödsinn. Ich... Da hat's die Teile übel weggefetzt und direkt... ...diespawnt und was hast du da gemacht? Ich? Ja! Äh... Oder hast du irgendwas abgerissen? Ja, ich hab was abgerissen. Okay. Ich dachte schon, der... Dude macht direkt fexen. Oh, ich komme runtergefallen! Nein! Oh! Scheiße! Ja, moin! Hahaha! Alter! Ich gehe wieder hoch! Ja... Sag mal, was soll man denn dem Typ sagen, was er machen soll? Ja... So, what's the plan? Hm... We are not quite sure, but... Oh! ... need some defense. Oh, oh... Oh! Ja, aber lass doch mal direkt schon mal einen Plan hin, also das schon mal direkt planten. Willst du einfach hier zumachen oder wie? Warte. Wie, wo, hier zumachen? Ja, hier irgendwo. Achso, wir brauchen halt einen Tor noch dran auf jeden Fall irgendwie. Aber ja, ich würde hier zumachen nochmal. Soll ich einfach mal zuzunehmen? Ja. Mach's nicht ultra groß, okay. Ja, aber mach's schon mal ein bisschen mehr nach links, weil vielleicht wollen wir hier noch... Weiter als ich, als ich stehe. Ja, weil vielleicht wollen wir hier noch so ein Custom-Building irgendwie hinbauen. Also von hier ungefähr? Ja. Oh, fuck. Ich weiß halt nicht, ob die hier hochkommen können. Achso, es geht so. Kommen die da hoch oder unten? Hier kommen die vielleicht vorbei, oder? Ja, maybe. Ja, das macht noch zu. Oh, der Kuh wird eingetroffen. Oder der... Ah, ein Wildschwein. Aber da ist jetzt kein Tor drin halt, ne? Timber! Das mit den Toren ist irgendwie... Ja, das weiß ich mal nicht. Und diese Building-Tore sind ja nicht. Scheiße. Oh, fuck. Ich bin schon wieder halb runtergefallen. Ich bin schon wieder halb runtergefallen. Ja, ich finde es voll krass, dass hier so wenig Viecher sind. No joke. Ja. The stairs in work. Ja, man, it's shit. Unfortunately. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ah, Cock. Loll. Die Stealth-Armor ist viel zu OP. Ich will einfach mal ein Licht aus... Da stehen die halt alle so. Mal ein Licht ausgemacht, mir in die Hocke gegangen. Ja, nein. Jetzt laufen die weg. Die hatten gar nichts, ja. Ich hab grad die stairs geklickt, hoffe. Was machen die Dinges da oben, Alter? Beobachten die mich, oder wie? Ich hab grad die stairs geklickt, hoffe. Und ich nicht. Ah, oh mein Gott, schon wieder so unverschlecht. Was machst du denn? Ja, der Typ, der Typ ist doch gelieft. Ist sich rein gehauen. Echt? Ja, ich seh' ihn nicht mehr. 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 Ja, aber wir werden wahrscheinlich so scheiße... So scheiße bauen. Er hat einfach keiner Bock an. Ja, ich weiß nicht, was du mit dem Tor machen sollst. Wie? Du weißt nicht, was du mit dem Tor machen sollst. Was ist denn bitte der Crane überhaupt? Der Kran, Junge, womit du Sachen hochgekladern kannst? Ja, wir... Ich sag' doch, wir denken viel zu klein, Junge. Ja, aber du kannst nicht direkt so fest bauen. Du musst erst mal mit dem Kleinen anfangen. Why not? Alter, weißt du, wie viele Baumstämme wir jetzt hier für diese scheiß Hütte schon verwendet haben? Hätten wir auch für was Geiles verwenden können. Ja, dann hätten wir aber bis heute noch keinen Schlafplatz. Doch, den kleinen, den wir daneben gebaut haben. Schwachsinn ist alles. Ja, Noah, ich krieg dieses Tor hier nicht richtig rein. Platziert noch fünfmal. Tu halt es erst platzieren und dann... Ja, zu spät. Ja, ich krieg das hin. Hässlich, aber... It works! Ja, das ist halt schon ein Problem, dass das heiß hier hilft, oder? Ich muss hier so kurz mal was machen. Ey, ich find's krass, dass wir hier nicht übelst angegriffen werden. Sorry, aber irgendwie auch ein bisschen lame. Alter! Komm mal runter. Von deinem Trip. Oh, ein Reh. Nee. Oh, renn doch nicht drauf, Junge. Ich wollte es abschießen. Ja, dann wär's halt weg. Dann wär's weggelaufen. Egal, aber dann hätte es mehr Schaden gehabt als... Oh. Junge, 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 Junge Mann. Ich wollte da drauf schießen. Wie viel Rehskins braucht man denn? Ja, sechs Stück, sechs. Ja, hab ich. Du hast sechs Rehskins? Ja. Ja, dann fehlen dir wahrscheinlich die anderen Sachen, die du brauchst dafür. Ich hab noch fünf Wildschwein. Und einen Hasen. Ah, ich glaub da... Jetzt brauch ich mehr Hasen. Wenn dir fehlt... Nee, Hasen brauchst du nur einen. Ah, okay. Du brauchst Eichern. Du brauchst noch ein Eichernchen. Na, dann muss ich das noch wegschlitzen. Dann kannst du dir diesen Screen. Äh, können wir eigentlich schlafen bleiben? Ich bin safe. Ah, es wird... Nee, lass... Lass nicht schlafen. Es wird helfen. Mhm. Loll. Ja, dann lass mal richtig Holz hacken jetzt. Richtig, richtig mal jetzt... Also, würde ich ne halbe Stunde nur Haldekken hacken. Ja, dann hast du die Aufgabe, aber okay. Ja, muss halt... ...gemacht werden. Ohhhh... Ohhhh... Was machst du denn? Was machst du denn? Ohhhh... Ja, Heide. Wie machst du das? Ich springe. Und lauf nicht einfach... Ich auch echt... Ich bin auch gefrungen. Er muss halt... Richtig springen. Ja, wir brauchen noch 109 Logs. Ja, mein Meister... Ja, deswegen sage ich... Unnötig so fett zu machen. Ja, was heißt unnötig so fett zu machen? Aber das halt... Ja, anfangs. Unnötig. Stück für Stück. Was heißt denn anfangs... Du brauchst halt erst ne kleine Base, dann brauchst du, um die Base größer zu machen, immer was langsam nach und nach dazu. Und ziehst nicht gleich was, wo du die Verteidigungswelle mit 109 Logs machen musst. Dann weißt du das gleich. Es war halt auch dumm, dass wir hinten zuerst die Verteidigungsdinge gemacht haben. Ist das so ein bisschen wie der Hortler in Nürnberg? Ja. Der bisschen größtwahnsinnig war einfach. So sehe ich das. Äh... Ja... Pfff... Keine Ahnung. Dann baue mal erst so Kisten und so, wo wir Sachen drin sammeln können, wenn du meinst. Ey, tatsächlich bringen aber diese Hasen-Boot schon ein bisschen was gegen die Kälte. Kannst du dich bauen? Na ja, können wir dann... Na ja, komm, wir erst mal Holz machen. Ich denke, wenn wir hier das Holz gemacht haben, würde ich mir mal... Oh, da kommt ein... Oh, was macht der? Wie wärs, wenn du dich verziehst in unserem Lager, die Mutter? Da steht einer einfach vor den Toren unseres Lagers. Er steht und guckt. Und guckt. Und jetzt geht er, glaub ich, wieder weg. Ja, guck, er steppt einfach wieder weg. Korrekt. Ich schieße mal ab mit dem Bogen. Nee, nee, nee. Dann haut er uns am Ende noch die Botze ein oder so. Ja, aber krass, dass da so ein vereinzelter Dude rum... Oh, Bollocks hat uns gesehen. Als ob der uns hier oben gesehen hat. Ja, er hat mich angeguckt, dann ist er losglauben. Schau. Kommt er die Leiter hoch? Nee. Oh, oh, stopp, stopp, stopp. Hier ist ein Reh. Knecht. Okay, ich werd nicht, dass dieses Reh jetzt schlitzend ist mir egal. Gut. Erwischt. Und zack. Noch mal erwischt. Ja, Bro, wo läuft der denn hin? Ja, Alex. Ja, warte. Schau mal hinter dir. Nee, ich müsste das Reh machen. Ja, ich würd dir das halt raten. Ich hab das Reh. Ja, der Dude beobachtet dich übel. Mega der Creep. Der ist da nirgends. Da ist ein anderer Dude. Der ist hier direkt oben aus auf der Fläche. Ich versteck mich hinter dem Holz. Der läuft dann hier vorbei. Der ist übel dumm. Okay, ich seh den gar nicht. Ja, moin, Bruder. So, jetzt hab ich schon mal ein Reh. Müssen wir gleich was zu essen machen. Ha! Krass, Alter. Wie OP ist denn diese Stealth-Rüstung? Ja schon, oder? Vorhin sind so Massen von denen an mir vorbeigelaufen. Ja, ich muss was zu essen kochen. Ja, ich hab schon. Kann man ja direkt noch ein zweites Fleisch kochen. Scheißegal. So, jetzt hab ich zwei DSG. Das muss man hier. Hm, das war auch manchmal noch Argen. So, da ist wieder einer gejoint. Ja, true. Ich frag mich, was er macht, Alter. Wenn das so ein Knecht ist, der so... Da ist er. Ja, moin. Der war schnell. Ja, moin. Ja, was ist los mit dem... Yo, what's your name? Da kann man nicht hier... reinkommen und nicht höflich sein. Dann kann der sich auch gleich wieder verpissen, Alter. Anstand. Ah, Ding. Noah, kannst du so ein Drying Rack bauen schnell? Hast du genug Sticks? Ja. Weil dann könnten wir das Fleisch, was wir haben, schon mal... Oh, ne. Was ist das gemeint? Dann verschwenden wir es nicht die ganze Zeit. Ja. Ja. Oder ist das Drying Rack nur für Leder... Ne, das bestimmt fürs Essen auch, ne. Safe, ja. Gehst du wieder Holz machen oben? Hm, ich schlachte mir kurz, äh, ein paar Kaninchen. Damit ich mir den Worm ziehe, dann... Ah, ne, ich brauch ja nur ein Kaninchen, Leute. Okay. Ja, das ist dann... Boah! Bruder! Oh, da sind ein paar Boys. Ein Pfeil in die Brust und... Zack! Noch ein Pfeil in die Brust. Und zack! Noch ein Pfeil in die Brust. Drei Pfeile in der Brust, Bruder. Zack! So eine Sauri. Ah, ja, ich bring den mal mit. Ja, wir kämpfen auch gerade gegen ihn. Geh hinter mir. Ja, ihr kriegt das schon. Der ist übel schnell. Wer? Ja, der... Ich schlange. Ach, hast du die Defense hier gebaut? Ja. Hast du so ein Prying Rack gebaut? Noch nicht, ne. Ich schwör dir, das Eichhörnchen fack mich ab. Ja, da kommst du jetzt nicht mehr hoch, ne? Genau. Renn da runter. Aha, ich hab's erwischt! Nein. Ach, okay. Oh, wait a second. Rabbit Fur. Nee. Das ist kein Eichhörnchen. Fur, Dude. Weil Eichhörnchen gibt gar kein Fur. Okay, das ist das jetzt dann. Ich check das auch nicht. Oh, fuck! Fuck! Er hat angegriffen! Oh, no! Ich war übel afk. Gar nicht gecheckt. Der hat mir eine ganze Rüstung gefickt, weil ich nicht aufgepasst habe. Ah, Raccoon Skin steht hier. Achtung! Komm herunter, die ficken hier gerade unsere Base. Komm mal runter. Ja, es ist auf jeden Fall Raccoon Skin. Ah, die haben uns. Ja, scheiße, das mit diesem Tor, das ist übel das schwache Blut. Da müssen wir uns eigentlich was besseres einfallen lassen. Ist so. Vielleicht Spikes, wenn man so voll dran vorbei manövrieren muss. Wo die nur so ganz dumm reinlaufen könnten. Ja. Ich probier mal was, ja. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir das bauen. Am Ende kommen wir hier selber nicht mehr durch. Aber, keine Ahnung. Äh, können wir schlafen? Ja. Okay, ich komme. Okay, weiter geht's. Speicherst du eigentlich auch immer? Ne, aber das kann ich auch immer. Geht schon ganz schlau. Auf jeden Fall. Hey Junge, warum hast du dein Bein aufgehängt? Ich hab's doch nicht aufgehängt. Nee. Aber snack doch rein. Hey, hallo, das war meiner. Was? Mein Lizard Balls. Ich hab' kein Lizard. Ich hab' dieses Bein hier. Okay. Ich kann das mal ins Feuerhahn safe. Das kann man nämlich snacken. Das Bein, echt. Mhm. Fuck. Ich muss mal gucken, was wir noch... auch so Steine machen können. Ich find's krass, dass wir so in Ruhe gelassen werden. Jetzt schon seit Nächten. Also generell. Ja, gute Lage ist das. Übel. Ja, ich weiß nicht, wo man Raccoon finden kann. Ich auch nicht. Kein Lizard. Spitz.